Ich kann mich noch ganz genau an den Tag erinnern, der mein Leben verändert hat. Der Grund dafür war schlicht und einfach Neugierde. Ich weiß, an diesem Tag sah ich zum allerersten Mal in meinem Leben zwei Boxer. Aber an der einzige Gedanke, den ich hatte, ich wollte so werden wie sie. Groß, stark und selbstbewusst. Naja, und doch, wie so oft im Leben, schien das alles nur ein weiter Traum zu sein. Oder doch nicht. An diesem Tag bekam ich mein erstes Paar Boxer-Handschuhe. Von diesem Moment an wollte ich sie nie wieder ausziehen. Und das hat sich bis heute nicht verändert. Untertitelung des ZDF, 2020